also hi liebe leute ich bin es mal wieder und heute ein top 5 video und die top 5 fahrtechnik nonsense themen also dinge die immer noch in der fahrtechnik lehre sag ich mal kursieren die als tipp gegeben werden aber auch in kursen und camps die wirklich veraltet sind und sich als suboptimal herausgewiesen sind ich habe dann in den letzten fünf jahren schon einzelne videos gemacht verlinke ich unten mal aber jetzt kompakt top 5 legen wir los so liebe leute jetzt könnt ihr natürlich fragen was er dreistet ihr sich jetzt hier einfach alles hinterfragen oder zu sagen hey da labern leute sachen der die echt nicht cool sind oder so nonsense halt ich bin seit 15 jahren fahrtechnik trainer und hab da sehr viel gesehen sehr viel erfahrung sehr viel austausch und das was ich jetzt quasi sage ist auch primär auf dem internationalen standard auch leerstand nur deutschland hat wieder viel irritationen unseren komischen eigenen weg und durch einzelne akteure bei den ausbildungen oder in den medien auf youtube oder fachmagazin also der fahrtechnik nonsense nummer eins wo es leider auch in den letzten jahren zu deutlich mehr irritationen kam wie es vor zehn jahren war oder so weil eigentlich ist der international absolut konsens und zwar wird dann immer wieder gesagt hey ich sehe dich doch wie du wie der sattel vor dir ist du hinter dem sattel bist und deine beiden sind etwas gebeugt du bist zu weit hinten und du stehst nicht mehr zentral dein schwerpunkt ist nicht mehr über dem trittlager und das stimmt wirklich nicht und wie gesagt um es noch mal kurz zu erklären was da nicht berücksichtigt wird bei dieser kritik dass wenn du eine steilstufe zum beispiel rein fährt das fahrrad verändert sich von es fährt in der ebene bis es geht in die steilstufe und es muss sich unter dir bewegen können dieses prinzip nennt man die körper bike trennung bike body separation und damit das passiert und damit man wirklich schön ausbalanciert auf den pedalen zentral stehen bleiben kann ist absolut richtig gut so wenn die arme etwas länger werden als vorher also man geht vorher eine tieferhaltung um dann diese körperbiketrennung zuzulassen und so kann man sicher und zentriert auch in stahlstellen reinfahren und das absolut richtig so das ist wirklich etwas wo man sagen kann kann man bei allen probis bei allen beachten und man sieht dass es logik biomechanik funktioniert super und man ist dann nicht zu weit hinten also jetzt habt ihr es noch mal gesehen und warum mir das so wichtig ist die ganze geschichte wenn ihr eine steilstufe fahren steilstelle und dann kommt jemand sagt hey in der aufnahme du sein gesetz war hinter dem sattel das ist falsch das ist schlecht du bist nicht zentral dann könnt ihr dem gegenüber treten und argumentieren und ich kann euch sagen nein das ist richtig hat das gut gemacht so unser zweiter fahrsinnig nonsense und zwar dass man beide fersen hängen lassen soll oder beide fersen unternehmen soll wenn man so in der grundposition oder in der aktivposition wie es ja viele nennen fährt also wenn man im bike steht ob ein bisschen entspannter oder ein bisschen tiefer und ja wenn man das quasi macht dann muss man ja auch im hinteren fuß die ferse runter machen und warum das unergonomisch und effizient und teilweise bis ungünstig auch für die achillessehne ist möchte ich euch jetzt erklären also und zwar ist es so dann würden nämlich an beiden füßen die fersen runter da kann es sogar passieren dass man ein bisschen nach hinten fällt das wäre ein nachteil und am hinteren fuß ich wechsel das jetzt mal dass ihr das seht wenn man das macht dann bringt man seinen fußgelenk so in so ein maximalbereich an die grenze und hat er jetzt wenig spielraum damit noch zu arbeiten die und hintere ferse runter macht man eher zb bei starken bremsungen oder vielleicht starken bremsen in steiler fahrten aber sonst hat man am vorderen fuß die ferse leicht abgesenkt und am hinteren ist sie leicht nach oben so steht man schön eingespannt in den pedalen und kann alle kräfte gut empfangen die von vorne kommen oder je nachdem eine ganz wichtige sache wenn man jetzt so normal auf der erde steht und man steht entspannt dann hat man so einen rechten winkel in den fußgelenken das ergonomisch richtig so aber wenn man jetzt auf pedalen steht hat man ja in einen fuß deutlich weiter vorne und als den anderen und dann um dann wieder die winkel vom fußgelenk ergonomisch intuitiv wieder gut zu haben hat man automatisch am vorderen fuß die ferse etwas tiefer und am hinteren fuß ein bisschen höher und von da aus wenn jetzt zum beispiel starke schläge kommen hat man immer noch den vollen bewegungsspielraum wenn beide fersen unten sind dann hat man auch im hinteren fuß schon absolutes maximum erreicht im fußgelenk und wenn dann ein starker schlag kommt kann das auch sehr ungünstig sein für das fußgelenk also ganz wichtig am vorderen fuß die ferse leicht hängen am hinteren leicht oben dann verliert man keinen pedal kontakt und kann gut fahren und kleiner hinweis noch hier beim hochschieben das ist international absoluter standard und ihr werdet es bei den fahrern die natürlich fahren auch immer sehen dass sie wenn die normal stehen am vorderen fuß die ferse leicht tiefer haben am hinteren leicht oben und von da aus dann beide füße immer noch bewegen können und verschiedene situationen manchmal sind beide fersen oben zum beispiel bei sprüngen manchmal sind beide fersen unten bei starken bremsungen und wenn man starke schläge absorbiert also hat man noch den vollen bewegungsspielraum in den fußgelenken der dritte punkt in unserer top 5 ich habe schon mehrere videos gemacht seit 2019 und auch international weltweit kam verschiedene leute alle auf denselben gedanken weil sich viel damit beschäftigt haben und zwar der ellenbogen raus mythos und es kursiert aber immer noch so stark sowohl bei ausbildern als auch in medien und man kann wirklich sagen dass das absoluter nonsens und ich sage euch genau warum ihr das nicht tun solltet und wie ihr es machen könnt und zwar ist es so die ellenbogen rauszunehmen also so ist nur eine bewegung im schultergelenk eine rotation hat nichts damit zu tun wie stark die arme gebeugt sind oder wie du im rad stehst deswegen sind diese ganzen argumente ich verlinke mal das ausführlich wie die was gemacht hat dazu eigentlich mitnichten und jetzt die frage was kann man stattdessen machen mein tipp denkt nicht drüber nach fasst euren lenker und solange ihr nicht die ellenbogen an körper ran nimmt an dass die ellenbogen an den rippen sind oder wie sagt ihnen ganz übertriebenen cowboy macht dann passt es auch und da gibt es ein bisschen verschiedene stilrichtungen und vorlieben aber generell könnt ihr so gut im rad stehen intuitiv ergonomisch die armhaltung haben und braucht nicht diesen übertriebenen cowboy niemand außer fahrt in die trainer fährt so und natürlich weiß ich dass viele ausbilder oder trainer mittlerweile sagen ja wir meinen ja nicht so stark raus aber das wieder so eine relativierung also man kann die leute einfach so fahren lassen und je nach lenkerbreite körper konstitution oder vorliegen sieht es manchmal ein bisschen anders aus selbst bei den profifahrern sieht man da unterschiede aber es ist ein ding no brainer braucht man nicht drüber nachdenken und diese ellenbogen haltung raus ist sogar schädlich für die schulter und wenn man das dauerhaft macht kann man da auch ja probleme schmerzen bekommen in dem ausführlichen video zum cowboy mythos ellenbogen raus habe ich auch schon alle argumente aber weil es ganz aktuell ist jetzt letztens noch aus ausbildungskreisen gehört dieses argument ich würde da noch mal darauf eingehen und euch jetzt direkt zeigen und zwar wurde gesagt wenn man jetzt zum beispiel eine stufe fährt und man hat die ellenbogen nach raus seht ihr ja vom gedanken wäre dann zu sagen jetzt kann man besser das rad runter lassen man hat mehr spielraum im arm das stimmt aber nicht man hat eine rotationsbewegung aber die der weg den der arm machen kann der verändert sich nicht also ob du jetzt quasi so normal anfährst und das vorderrad runter lässt die arme werden etwas gerader oder ob du die ellenbogen raus drehst und das rad runter lässt die arme werden etwas gerader macht vom weg keinen unterschied deswegen man kann zentral im ball stehen lassen ohne die ellenbogen rauszunehmen wenn jemand natürlich vorher schon die arme gerade hat und dann so runtergezogen wird das ungünstig man sollte natürlich vor einer stufe die arme beugen aber arme beugen ist nicht zu verwechseln mit ellenbogen raus weil das ist eine bewegung in der schulter und nicht im ellenbogen ja das thema ist druck am lenker druck am vorderrad man braucht traktion und da kommt wieder zu starken missverständnissen da müssen wir darauf eingehen weil es gibt wirklich trainer die sagen wenn man so fährt auch in der normalen grundposition oder eine aktivierte position wie man es jetzt auch nennen will also ein bisschen entspannter oder ein bisschen angriffsmäßiger ein bisschen tiefere haltung schon weil das gelände vorne ist sollte man schon 15 prozent keine ahnung gewicht auf dem lenker haben um traktion aus vorderrad zu kriegen und dieser diese anweisung ist suboptimal ein bisschen zu gefährlich natürlich hat man im steilen gelände wenn steil wird man viel bremsen muss auch etwas druck am lenker dann hat man einen lastenarm lenker aber man sollte im rahmen der körperbik trennung also wenn man das rad unter sich bewegen lässt es kommt zu einem es geht weg von einem stahlstufe oder ein dicker hobbel wie auch immer sollte man immer noch primär auf den beinen stehen damit das rad auch unter einem sich bewegen kann wenn man ein teil des körpergewichts schon fix auf dem lenker hat weil man denkt ich brauche mehr traktion von ich brauche mehr traktion vorne dann kann es wirklich passieren dass man zum beispiel an hindernissen hängen bleibt könnte es meiner bordstand kante probieren also wenn ihr mit viel druck am lenker mit körpergewicht das ganz wichtig im teil des körperwichts auf dem lenker fahrt und ihr fahrt gegen hindernis merkte wie es viel stärker dieser effekt ist dass ein nach vorne schiebt und wenn man das gewicht auf den füßen hat und am vorderen fährt vor dem fuß die ferse unter hat man kann mit den beinen viel besser reagieren wenn hindernisse kommen also dagegen halten dass man nicht nach vorne geschoben wird und kann das rad viel besser unter sich bewegen lassen das ist auch wirklich kommen kann und dass man nicht auf dem lenker ganz viel druck hat und dann viel steifer wird und ist auch super anstrengend für die für die arme also das gewicht primär auf den füßen dann kann das fahrrad sich unter einem bewegen diese ganze geschichte mit dem viel druck am vorderrad ging auch ganz oft hand in hand in so erklärung mit man soll immer vorne bleiben immer das kind über dem vorbau halten eine sehr missverständliche formulierung und ich habe wirklich in kursen immer mal wieder leute erlebt die das gehört haben und wirklich versucht haben zu machen also anstatt das rad unter sich bewegen zu lassen haben die versucht immer hier vorne steif zu bleiben könnte ich vorstellen wie das aussah und wie ungünstig das war bis hin zu gefährlich deswegen liebe leute lasst die körperbiketraining zu steht primär auf den füßen und dann seid ihr safe und könnt wirklich auf hohem niveau super gut fahren und bei den basics ein großer fahrtechnik non sens der immer noch kursiert und zwar geht es um die radneigung und natürlich sage ich wie bei allen themen eigentlich es gibt ja kein nur schwarz und weiß falsch und richtig sondern mehrere wege für nach rom und die radneigung über die arme zu erzeugen das rad in die kurve zu neigen ist auf jeden fall eine methodische option die man machen kann die nicht grundsätzlich falsch ist aber was ich immer noch auch heute wie gesagt das ist schon so lange auch eigentlich bekannt immer noch höre dass leute sagen man muss das bike in die kurve drücken mit dem inneren arm und dann wird der innere arm durch gestreckt und wie gesagt vor zwölf jahren so habe ich das auch auch so gesagt es kann aber wirklich stark nach hinten losgehen ich möchte euch das mal kurz zeigen und zwar wenn du das machst und du leitest es hier ein und dann lässt du den druck da am inneren arm und drückst da rein dann kann dir der grip so weg gehen das heißt wenn du da druck aufbauen willst dann würde es eher über den äußeren arm bisschen noch kannst du ein bisschen druck machen ich mag es sowieso alles primär über die beine man hat die arme ja situativ intuitiv und ich möchte ich mal kurz zeigen wie das aussieht also wenn du auf einer schotterkurve wirklich dass du reindrückst dann kann das schnell passieren wenn du hier den druck drin lässt dass hier das rad wegrutscht und ist mir wirklich auch schon selber damals mal passiert und radneigung sattel am inneren bein rad mehr geneigt als der körper ist richtig und gut man kann es erzeugen entweder dass man mit dem mit dem arm so ein bisschen rein stupst aber nicht den dauerhaften druck an der inneren hand und dann vor allem nicht den arm so durch gestreckt haben sollte oder wie ich es mache oder wie viele nation machen über die beinarbeit wenn man die beine mit bewegt die körper den körper dreht dann kippt das rad in die kurve und das funktioniert super man hat die arme frei für alles was kommt hobel löcher und ist da nicht schon so mit einem arm durch gestreckt und sehr passiv dann also eine gute radneigung und der letzte hinweis noch dafür für alle die das noch nicht kennen dann wird oft gesagt man muss kurven generell mit radneigung fahren und man darf nicht lenken das ist natürlich auch nicht korrekt so und zwar ist so es gibt kurven bei denen man mehr lenken steuern muss dass zum beispiel 17 enge kurven und es gibt sehr schnelle schotter kurven und wirklich nicht stark einlenken sollte das macht aber eigentlich auch intuitiv und zwar kann man generell sagen meistens so je langsamer die kurve ist desto mehr lenkt man zum beispiel gesagt bei 17 u turns und je schneller man fährt desto mehr arbeitet man mit radneigung und weniger steuern lenken ganz einfache formel lasst bitte ein like dann wenn es euch gefällt könnt gerne abonnieren den kanal für viele weitere mountainbike themen nicht mehr so viel fahrtechnik aber generell kommt noch sehr einiges unterhaltsames und die glocke aktivieren kennt er ja pipapo lasst einen kommentar wie euch die mythen gefallen haben wir sehen uns ciao